Ich wusste es. Er ist der Richtige. Vielleicht haben wir Glück. Hallo. Mein Name ist Penelope. Ein Fluch hat mir die Nase eines Schweins beschert. Die Ärzte sagten, da könne man nichts machen. Tut mir leid. Der Rüssel bleibt drauf. Meine Mutter verbarg mich vor der Außenwelt. Um den Fluch aufzuheben, musste ich lediglich jemanden finden, der bereit war, mich so zu lieben, wie ich bin. Bis dass der Tod uns scheidet. Hallo, ich bin Penelope und ihr seid... Eigentlich wollte ich schon aufgehen. Reingelegt! Doch dann tauchte er auf. Geh! Nein, ich kann nicht hier schon. Oh, geh schon! Hallo? Penelope, ich weiß, dass du da bist. Wie wäre es, wenn wir beide jetzt drunter zum Cloverdilly-Pub gehen würden? Penelope, komm schon. Worauf wartest du noch? Viel besser. Ich bin mein Leben lang zurückgewiesen worden. Kannst du dir nicht vorstellen, wie das für mich ist? Nein, komm zurück! Nein! Doch dann... Penelope! ...befreit das Mädchen sich von allen Zwängen. Sie ist da draußen allein unterwegs, will auf eigenen Füßen stehen. Versteckst du dich vor den Bullen oder haben sie dir die Nase verpfuscht? Mhm. Nase verpfuscht. Sie lernt ein ganz neues Leben kennen. Könnte ich bitte ein frischgezapftes Bier haben? Sie müssen es auffangen. Du kommst nicht viel raus, ja? Wir müssen reden. Und bringt die Welt dazu, sie so zu sehen... Möchten Sie der Öffentlichkeit etwas sagen? Hi. ...wie sie wirklich ist. Ich mag mich so, wie ich bin. Die Öffentlichkeit liebt dieses Mädchen. Dieses Unersaugen! Du hast mich inspiriert, einfach so allein loszuziehen. Jetzt ist alles anders, Mutter, weil ich Freunde habe. Was ist eine Vespa? Du bist noch nie Vespa gefahren? So find yourself in you. Penelope. Können Sie mit einer so großen Nase besser riechen als wir anderen? Ich weiß nicht, sagen Sie es mir. So find yourself in you. Kschlingelkorschi